Hi! In diesem Video stellen wir euch das Microsoft 365 Paket vor. In den vorigen Videos erklärten wir euch bereits, wofür die Plattformen Studynet und Compass verwendet werden. Jetzt ist der dritte Teil der wichtigsten Plattformen dran, die Programme von Microsoft 365. Also altbekannte Programme wie Word, Excel, PowerPoint und so weiter. Diese bekommt ihr gratis von der Uni bereitgestellt. Ich werde euch jetzt den Login erklären. Ihr geht dafür erstmal auf die Webseite office.com Dann auf den orangenen Knopf anmelden. Jetzt sollte sich ein Fenster öffnen, in dem ihr eure HSG-Mail eingeben müsst. Also vorname.nachname.uniasg.ch Dazu kommt noch euer übliches HSG-Passwort in einem nächsten Schritt. Da die nächsten Schritte etwas schwieriger waren abzufilmen, seht ihr sie jetzt einfach als Bild. Wenn ihr bei der Eingabe eurer Mail auf Weiter klickt, erscheint das Fenster Weitere Informationen erforderlich. Das müsst ihr dann wieder mit Weiter bestätigen. Wenn ihr euch zum ersten Mal einloggt, müsst ihr eine sogenannte MFA einrichten. Stellt euch eine MFA wie ein zusätzliches Schloss für euren Account vor, für den eine App der Schlüssel ist. Ist eure MFA einmal eingerichtet, benötigt ihr sie für all jene Logins, die über eure Unimail laufen. Also das Mail-Programm und Student-Web. Jetzt erkläre ich euch, wie man seine MFA einrichtet. Wie bereits gesagt, erscheint die MFA-Einrichtung automatisch, wenn ihr euch zum ersten Mal in Office einloggt. Dann müsst ihr Methode via App auswählen und auf Einrichten klicken. Es erscheint ein Fenster, bei dem die nächsten Schritte beschrieben werden. Also die App Microsoft Authenticator aus dem App- oder Playstore herunterladen. Beim Öffnen die Option Geschäfts-, Schul- oder Unikonto auswählen. Und schließlich mit dem eingebauten QR-Scanner den im Browser abgebildeten Code scannen oder alternativ den Zahlencode eingeben. Im nächsten Schritt unbedingt, unbedingt eine zusätzliche Telefonnummer angeben. Nur so seid ihr im Falle eines Handyverlusts abgesichert. Hat das alles geklappt, sollte eure MFA nun eingerichtet sein. Dadurch seid ihr auch automatisch im Office eingeloggt. Hier seht ihr ein paar Apps, die ihr nutzen könnt. Alle Programme, also Word, PowerPoint und was auch immer Sway sein soll, können im Web verwendet werden. Es ist aber praktischer, die Programme herunterzuladen. Aber bitte nicht direkt jetzt auf Office installieren klicken, während ihr im Edelroom verbunden seid. Das würde das Netzwerk überlassen. Während eures Studiums können all diese Programme gratis genutzt werden. Jetzt zeige ich euch kurz Outlook im Web, also die Online-Ansicht eures Unimail-Accounts. Alles, was die Uni mit euch kommunizieren will, geschieht hier. Das Design ist sehr intuitiv. Im Grunde ist es ein stinknormaler Posteingang. Beispielsweise Nachrichten aus StudyNet, E-Mails von Dozenten oder die HSG-Newsletter erreichen euch hier. Eigentlich überall, wo eure HSG-Mail angegeben ist. Wollt ihr euch abmelden? Oben rechts auf mein Konto und dann auf abmelden.